Wie können wir eigentlich die Farbigkeit eines Studio-Hintergrundes ändern? Das soll das Thema heute sein. Das heißt, ich habe unterschiedliche Bilder einmal vorbereitet mit unterschiedlichen Objekten auf diesen Bildern. Das heißt, mal ist es eine Gitarre, mal ist es eine Person und dort wollen wir den Hintergrund einmal farbig gestalten. Ein großer Bestandteil des Ganzen ist das Thema Freistellen. Das heißt, wir werden uns ein bisschen was über Freistellen anschauen, wir werden uns da ein bisschen darüber unterhalten und dann geht es darum, wie wir das Ganze farbig einmal einfärben können. Du findest unten in dieser Video-Zeitleiste, ich mache da immer so kleine Abschnitte, das heißt, dort hast du dann diese Abschnitte von Beispiel zu Beispiel. Das heißt, wenn dich dieses Beispiel jetzt zum Beispiel nicht interessiert, dieses Beispiel zum Beispiel, dann springst du einfach zum nächsten und guckst dir das an. Okay, ich würde sagen, lass uns direkt loslegen. Also, damit du auch weißt, worum es geht, beziehungsweise was für Beispiele wir uns jetzt hier rausgesucht haben, es geht einmal um diese Gitarre, da werden wir den Hintergrund einmal farbig gestalten. Dann habe ich diese Person, wo wir einen etwas unruhigeren Hintergrund haben, das heißt, mit den leichten Lichtreflexen, mit dem hellen Fleck hier, mit dem dunklen Fleck, mit den kleinen Lichtscheinen hier unten und auch mit der Spiegelung und dem Schatten. Dann haben wir diese Person, die einen sehr ruhigen Hintergrund eigentlich hat, der aber eigentlich so einen kleinen Verlauf hier hat. Hier wird dann die Herausforderung sein, diese kleinen Haare bestmöglichst und schnell freizustellen. Und dann haben wir noch diese Tasche auf dem Hocker. Das sind die vier Szenarien, die wir uns jetzt einmal anschauen werden. So, ich möchte mit der Gitarre beginnen. Und ja, wenn wir etwas umfärben wollen, dann kennst du es vielleicht schon aus meinen anderen Videos, müssen wir uns ganz viel über das Thema Freistellen unterhalten. Und wir werden jetzt mal versuchen, auf allen vier Bildern unterschiedliche Freistelltechniken anzuwenden. Ja, dass du ja auch ganz viel mitnehmen kannst. Zunächst einmal, wenn wir etwas farbig gestalten wollen, dann brauchen wir eine Ebene, die halt auch eine Farbe verändern kann. So, das können wir zum einen mit Einstellungsebenen machen, wie zum Beispiel einer Farbtonsättigung, einer selektiven Farbkorrektur, einer Verlaufsumsetzung. Das sind alles zum Beispiel Ebenen, die Farben verändern können. Wir könnten aber auch hergehen und könnten ganz einfach hier eine Farbfläche anlegen. Wenn wir das nämlich machen, dann können wir x-beliebig eine Farbe auswählen. So, du siehst schon, was passiert. Die Gitarre verschwindet. Natürlich, weil diese Farbfläche, die wir jetzt angelegt haben, natürlich das ganze Bild überlagert. Ich bestätige das jetzt trotzdem einmal. Und was wir jetzt machen müssen, ist natürlich die Gitarre einmal freistellen und diesen Freisteller dann auf unsere Ebene in irgendeiner Art und Weise anwenden. So, und bei der Gitarre machen wir das jetzt mal folgendermaßen. Wir werden das Ganze einmal mit dem Zeichenstift-Werkzeug freistellen. Das ist eigentlich etwas, was ganz gut funktionieren kann und auch relativ schnell aus dem einfachen Grund, weil wir hier sehr klare Linien haben und also Konturen und deswegen funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Also, wir machen jetzt folgendes. Wir gehen mal in die Pfadepalette. Wenn du die Pfade nicht siehst, gehst du auf Fensterpfade und legst dir einen neuen Pfad an. Und den nenne ich jetzt einfach mal Freisteller. Bestätige das. Im Übrigen, wenn du noch viel, viel mehr zu Freistelltechniken in jeglicher Art und Weise wissen möchtest, dann guck mal auf meiner Webseite vorbei. Da gibt es einen über neun Stunden langen Videokurs, wo ich sämtliches, fast alles zum Thema Freistell erzähle, was du wissen musst. Das heißt, da einfach mal vorbeigucken, guck dir diesen Videokurs an und dann wirst du eigentlich relativ fit, was dieses Thema angeht. Genau. So. Also. Ich habe mir jetzt einen Pfad angelegt, nehme mir das Zeichenstiftwerkzeug und fange jetzt an, hier einen Punkt zu setzen. Und beim Setzen der Konturpunkte, der Pfadpunkte, würde ich dir empfehlen, immer leicht innerhalb deines Objektes zu bleiben, damit du sogenannte Blitzer vermeiden kannst. Blitzer sind dann halt kleine, unschöne Kanten, die dann, also so helle Kanten, die dann an den Konturen entstehen, wenn du zum Beispiel etwas umfärbst und gegebenenfalls sogar die Helligkeit entsprechend veränderst. Ja, deswegen würde ich dir immer empfehlen, leicht innerhalb deines Objektes zu bleiben und dann können wir hier wunderbar neue Punkte setzen und du siehst, dass wir auch mit dem Zeichenstiftwerkzeug hier schöne Kurven setzen können. Es gibt auf meinem YouTube-Kanal im Übrigen auch einen kompletten Crashkurs zu diesem Freistellwerkzeug. Ich verlinke dir das oben mal in der Infobeschreibung. Das heißt, wenn du da viel, viel mehr über dieses Werkzeug wissen möchtest, wie das im Ganzen funktioniert, dann guck dir dieses Video auf jeden Fall gerne an. Damit du auch hier gut vorbereitet bist. Genau. Ansonsten gibt es zu dieser Methode eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ich glaube, ich muss gar nicht so weit reinzoomen. Ich kann das auch ein bisschen weiter ausgesummt machen. Dann kommen wir auch schneller voran. Ja, ich würde sagen, ich spule hier jetzt einfach mal ein bisschen vor, weil so viel gibt es jetzt hier gar nicht zu sagen. Wie gesagt, wenn du mehr zu diesem Werkzeug wissen möchtest, dann guck dir den Crashkurs zum Zeichenstiftwerkzeug an. Da erfährst du wirklich alles, was du da brauchst. Also wie wir jetzt hier solche Rundungen setzen können, wie wir neue Punkte setzen können, wie wir Punkte löschen können, wie wir Punkte bearbeiten können, wie wir Punkte miteinander kombinieren können und so weiter und so weiter. Das kannst du dir alles in diesem Video dann anschauen. Ja, ich würde sagen, ich spure jetzt hier mal kurz vor, dass wir hier mal relativ schnell rumkommen. So, und dann sind wir jetzt auch einmal rum. Ich werde jetzt einmal folgendes machen und zwar, ich werde absichtlich jetzt hier irgendwo mal einen kleinen Fehler einbauen, weil ich habe dir ja gesagt, ich werde mir jetzt zum Beispiel diese Punkte mal nehmen und werde die jetzt mal ein bisschen aus meinem Objekt raus verschieben. Ich habe dir ja gesagt, dass ich dir empfehlen würde, auf jeden Fall so ein bisschen innerhalb des Objektes zu bleiben, damit du halt diese Blitzerkanten vermeiden kannst. Und ich würde jetzt mal zeigen, was das für Auswirkungen haben kann, wenn wir dies nicht tun. So, deswegen nehmen wir uns jetzt hier mal diese zwei Punkte und verschieben die einfach mal ein bisschen nach draußen. Im Übrigen, das, was jetzt hier passiert, ist auch etwas, was mit den meisten Automatismen passiert. Denn wir könnten ja auch hergehen und könnten sagen, okay, wir verwenden jetzt mal sowas wie das Schnellauswahlwerkzeug und ziehen jetzt hier einfach mal eine Auswahl auf und schauen mal, wie das funktioniert. Ich habe jetzt hier mal so eine Auswahl aufgezogen mit dem Werkzeug und du siehst schon, dass Photoshop hier gewisse Konturen gar nicht erkennt, wie den Stäpsel hier unten. Die Seite wird komplett ignoriert. Wir haben hier leichte Einbrüche. Das heißt, hier kommt Photoshop so gut wie gar nicht klar. Und hier oben, das wird auch teilweise mit ignoriert. Das heißt, das ist halt genau das, was mit Automatismen oftmals passiert, dass die Außenkonturen nicht richtig erwischt werden. Und entweder ist die Ameisenlinie dann außerhalb, also viel, viel weiter entfernt von unserer eigentlichen Kontur, weil wir hier im Hintergrund einen leichten Verlauf haben oder die Kontur wird gar nicht erkannt und es geht halt richtig in das Objekt rein. Deswegen, oftmals bist du halt mit so einem Automatismus gar nicht gut bedient, sondern bist sogar mit einem händischen Weg, wie zum Beispiel ein Zeichenstiftwerkzeug, manchmal sogar deutlich schneller, weil du dir dann die Korrektur sparst. So, also, nehmen wir uns mal unseren Pfad und machen jetzt hier einfach mal einen Rechtsklick drauf und können sagen, Auswahl erstellen. Jetzt werden wir gefragt, ob wir gleich eine weiche Kante haben wollen. Ich sage das gleich mal, ich lasse das mal auf 0, das können wir nicht im Nachgang noch ändern. Ich sage okay und jetzt bekommen wir eine Auswahl. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir diese Auswahl an eine Ebene ranhängen können, und zwar als Ebene-Maske. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter, ich lege eine Gruppe an und diese Gruppe bekommt von mir die Ebene-Maske. Das hat jetzt den einfachen Vorteil, dass ich hier in diese Gruppe ganz viele Ebenen reinpacken kann, die alle durch diese Ebene-Maske begrenzt werden. Das heißt, es bekommt nicht jede Ebene eine Ebene-Maske, sondern lediglich die Gruppe und alle Ebenen, die die gleiche Ebene-Maske bekommen sollen, kommen wir einfach in die Gruppe rein. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen die Ebene-Maske umkehren. Das heißt, aktuell ist es ja so, alles, was hier weiß auf der Ebene-Maske dargestellt wird, wird ja eingeblendet und alles, was schwarz ist, wird ausgeblendet. Das heißt, wenn ich jetzt meine Farbfläche einmal einblende, dann habe ich die Gitarre einmal umgefärbt. Das möchte ich ja gar nicht. Ich möchte ja den Hintergrund umfärben. Das heißt, ich gehe auf meine Ebene-Maske und drücke jetzt einfach Command- bzw. Steuerung und I für Invertieren und zack, hat der Hintergrund eine andere Farbe. So, jetzt haben wir natürlich den Schatten und so weiter verloren. Das möchte ich natürlich nicht mit korrigieren. Ich will ja nicht den Schatten bzw. diese leichten Lichtverläufe hier überall neu setzen. Das heißt, hier gibt es jetzt zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn du eine Ebene benutzt, die komplette Pixel überlagert, wie die Farbfläche. Hier werden ja komplette, also hier werden ja keine Pixel überlagert, aber diese Ebene überlagert ja alles, was dahinter liegt. Das heißt, wir färben nicht wirklich um, sondern wir legen wirklich eine Farbe drüber. Und können jetzt hier eine x-beliebige Farbe auswählen. Das funktioniert auch alles. Wenn wir jetzt hier in diesem Beispiel den Schatten wieder haben wollen, dann müssen wir den Ebenen-Modus verändern von normal auf multiplizieren zum Beispiel. Du kannst auch auf weiches Licht gehen oder kannst mal gucken, ob Farbe funktioniert. In dem Fall würde Farbe sogar sehr gut funktionieren. Und jetzt könnten wir mit einem Doppelklick auf unsere Farbfläche gehen und könnten eine x-beliebige Farbe auswählen. Und hier musst du dann einfach nur verstehen, wie der Farbwähler funktioniert. Auch dazu gibt es ein sehr ausführliches Video auf meinem Kanal. Das heißt, wir können jetzt hier einmal die Helligkeit und die Sättigung der Farbe entsprechend auswählen. So, wir können aber auch mit der Pipette einmal ins Bild klicken und können uns hier etwas rauspicken. Die Sättigung mal ein bisschen reduzieren. so zum Beispiel. Und wenn ich das jetzt mal bestätige und ich jetzt mal ein bisschen reinzoome, dann siehst du schon, was das Problem ist. Wir sind hier größtenteils eigentlich innerhalb unseres Produkts geblieben und hier funktioniert das auch. Hier kommt der graue Hintergrund nicht mehr durch. Hier sind wir ein bisschen von dem Produkt abgewichen. Das war unser gefakter Pfadpunkt, den wir nachträglich nochmal ein bisschen nach außen verschoben haben. Und hier bekommen wir so eine sogenannte Blitzerkante. Tja, das müssen wir jetzt korrigieren. Also, wir gehen jetzt nochmal in die Pfade, nehmen uns unseren Pfad mit dem weißen Direktauswahlwerkzeug, nehmen uns diese zwei Punkte, die wir verschoben hatten und verschieben die jetzt einfach wieder nach innen. Ja, und jetzt können wir uns den Pfad nochmal als Auswahl laden. Das habe ich jetzt mit Command bzw. Steuerung und linker Maustaste auf mit dem Pfad gemacht und jetzt kann ich einfach die Ebenemaske löschen, sie nochmal neu setzen und das Ganze wieder umdrehen. Und zack, haben wir auch das einmal korrigiert. Und so haben wir jetzt relativ einfach die Farbigkeit des Hintergrundes geändert. Ja, wichtig ist einfach nur, dass wir einen sauberen Freisteller haben und dann haben wir das Ganze jetzt zum Beispiel mit einer Farbfläche gemacht. Okay, und hier können wir jetzt einfach einen Doppelklick drauf machen und können das in eine x-beliebige Farbe verändern, so wie wir das haben wollen. Ja, guck einfach nur, dass du dann die Sättigung und die Helligkeit der Farbe entsprechend immer noch anpasst, dass das entsprechend auch so ein bisschen zu deinem Bild irgendwie passt. Ich fand jetzt die Kombination eigentlich ganz schön, dass wir hier so einen cremigen Ton auswählen. So, ja, das ist Beispiel Nummer 1. Beispiel Nummer 2. Hier werden wir mal versuchen, andere Techniken zu benutzen. Und zwar müssen wir natürlich erst mal wieder freistellen. So, und das können wir jetzt mal versuchen mit einem Automatismus zu machen. Und zwar nehmen wir uns mal das Objektausfallwerkzeug und gucken, was passiert. Das Objektausfallwerkzeug, da gibt es zwei Möglichkeiten. entweder du klickst auf Motiv auswählen, da versucht Photoshop selbst ein Motiv zu erkennen. Ja, okay. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Also hier diese kleine Lücke, die wurde erkannt. Wir sehen auch hier schon das Problem, dass hier in die Lücken der zwei Finger, da geht Photoshop nicht rein. Ansonsten versucht Photoshop auch einigermaßen innerhalb der Kontur zu bleiben. Das heißt, das, wenn wir uns das mal angucken, funktioniert eigentlich ganz gut. Auch hier haben wir einen kleinen Makel. Aber das können wir relativ schnell korrigieren. Das sieht gut aus soweit. Auch hier an den Schnürsenkeln und auch hier drüben gibt es noch diese kleinen Problemecken. Aber ansonsten geht die Ameiselinie eigentlich wunderbar um unsere Kontur herum. und jetzt machen wir folgendes. Wir legen uns einfach wieder eine Gruppe an. Es ist jetzt immer das gleiche. Gruppe anlegen, Ebenenmaske ran. Jetzt haben wir hier unsere Maske und wir werden jetzt mal folgendes machen. Und zwar, ich drehe die Maske wieder um mit Command bzw. STRG und I. Lege mir zur Visualisierung eine Farbfläche an, um zu sehen, wo die ganzen Problemstellen sind. Wir sehen zum Beispiel, hier haben wir eine Problemstelle. Wir haben einen leichten weißen Schein, aber das können wir eigentlich relativ leicht beheben. So, wir gehen auf unsere Ebenenmaske, nehmen uns einen Pinsel, schwarze Vordergrundfarbe bzw. weiße Vordergrundfarbe. Wir wollen ja bestimmte Bereiche vom Hintergrund mit einblenden lassen. Und jetzt korrigiere ich einfach diese Maske, indem ich jetzt hier mit weiß auf der Ebenenmaske male. Wir erinnern uns, alles was weiß ist auf der Ebenenmaske wird mit dargestellt, alles was schwarz ist wird ausgeblendet und deswegen gehen wir jetzt hier mit weiß einfach mal ein bisschen drüber und versuchen das zu korrigieren. Das zeigt sich eigentlich genau diese Problemstellen, die wir jetzt im Vorfeld schon gesehen hatten. Diese Stelle hier noch, auch die werden wir noch korrigieren. So, und dann haben wir ja noch einen leichten weißen Schein und den werden wir jetzt mal mit Auswahl auswählen und maskieren und zwar den Verbessern-Dialog einmal versuchen zu korrigieren. Wenn du diesen Button nicht siehst, dann gehst du auf Fenster, Eigenschaften und dann wichtig, die Ebenenmaske anwählen und jetzt auf Auswählen und Maskieren klicken und dann bekommen wir nämlich diesen Dialog und hier werden wir die Kante mal ein bisschen nach innen verschieben. Also, ins Minus, Entschuldigung, ins Plus, nicht ins Minus und du siehst, dass wir diesen hellen Schein jetzt verlieren. So, und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz um das Objekt drum herum, dass wir jetzt nicht irgendwas Unschönes irgendwie abschneiden, so wie hier oben, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, das können wir nämlich ganz leicht jetzt im Nachgang wieder korrigieren. Auch hier unten an den Schuhen verlieren wir ein bisschen was, aber im Großen und Ganzen haben wir dadurch sehr viel gewonnen. Wir werden jetzt noch eine ganz leichte weiche Kante erstellen, dass sich das einfach viel besser zusammenfügt. Okay, bestätige das und jetzt gehen wir noch mal hier in diese Bereiche rein, wo wir jetzt gerade gesagt haben, ah, okay, hier geht ein bisschen was verloren, das heißt, Pinsel, schwarze Forderungen, Farbe und jetzt können wir das hier wieder zurückholen. Auch hier unten am Schuh, an der Sohle, können wir jetzt vorsichtig den Schuh zurückholen. Hier ein bisschen zu viel weggemalt, also wieder auf Weiß gewechselt und jetzt können wir auch hier noch mal drüber gehen. Schauen wir mal, wo der Schuh überhaupt lang geht. das heißt, das ist auch eine gute Methode, einfach mal absichtlich zu viel wegmalen, um überhaupt eine Übersicht zu bekommen, wo das Objekt langläuft. So. Und jetzt sind wir einmal rum, jetzt haben wir den Freisteller einmal erstellt und jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können jetzt sagen, okay, wir setzen das Ganze auf Multiplizieren beispielsweise, ändern hier wieder die Farbe, genauso wie wir das bei der Gitarre gemacht haben, aber wir wollen uns ja eine andere Technik angucken. So, was wir jetzt hier machen können, ist jetzt, wir können jetzt einfach mal versuchen, zum Beispiel mit Farbton-Sättigung zu arbeiten. Ja, das ist ein Werkzeug, ein Tool, was den meisten wahrscheinlich bekannt ist und wir können jetzt hier den Farbton-Regler verschieben, aber du siehst schon, dass sich farblich gar nicht so viel ändert, weil die Ausgangsbasis halt gar nicht so viel bietet, so viel hergibt, damit diese Einstellungsebene gut greifen kann. Du könntest jetzt hier auf Färben klicken, dann sieht das Ganze schon anders aus. Das heißt, hier können wir jetzt einen entsprechenden Farbton uns zusammenbasteln und mit der Sättigung die Intensität der Farbe bestimmen. Ja, also auch das ist eine Möglichkeit. Ich finde die gar nicht so schön, weil es dann doch nicht wirklich intuitiv ist, hier einen Farbton zu picken, aber das ist wahrscheinlich auch alles Gewohnheitssache. Ich mag es persönlich nicht, mit dieser Einstellungsebene zu arbeiten. Ich benutze da in der Regel einfach andere. Was wir jetzt aber auch machen könnten, wenn du mit einzelnen Einstellungsebenen so nicht vertraut bist oder damit gar nicht arbeiten möchtest, du könntest natürlich auch deine Hintergrundebene einmal duplizieren. Das mache ich jetzt, indem ich mir die Hintergrundebene per Drag & Drop einfach hier unten auf das Plus ziehe. Jetzt ziehe ich diese Ebene in meine Gruppe rein und jetzt kann ich ja direkt auf der Ebene etwas verändern. Das heißt, ich könnte zum Beispiel einen Pinsel nehmen, könnte ihn in den Modus, da setzen wir immer in den Modus Farbe und könnte jetzt hier farblich drüber malen. Wichtig ist, dass du darauf achtest, dass die richtige Ebene ausgewählt ist und dass du jetzt einfach einen entsprechenden Farbton pickst. Das ist dann in diesem Punkt gar nicht so einfach, aber würde auch funktionieren. Wenn du, ein kleiner Hinweis noch am Rand, wenn du jetzt so krasse farbliche Veränderungen vorziehst, dann solltest du immer darauf achten, dass sich halt so ein farbiger Hintergrund auch irgendwie in dein Objekt widerspiegelt. Das heißt, du würdest zu großer Wahrscheinlichkeit, wenn wir das jetzt so blau machen, hier unten am Schuh eine leicht bläuliche Reflektion haben. Das heißt, hier würde ich mir dann eine neue Ebene anlegen. Die muss natürlich aus unserer Gruppe raus. Na, was ist mit dir? Jetzt wird diese Ebene nicht doch. Jetzt kriegen wir sie raus. Und würde jetzt auf dieser Ebene mit ganz geringer Deckkraft hier in diese Bereiche ein bisschen Farbe einmalen. Also, da hast du dann auf jeden Fall etwas, was sich in deinen Objekten widerspiegelt. Da musst du dann darauf achten. Also, wenn du so dolle Farbänderungen vollziehst, ach so, wir müssen natürlich die Ebene im Modus verändern, nicht den Pinsel, weil wir arbeiten ja auf einer leeren Ebene. Aber da musst du darauf achten, dass halt sowas auch Auswirkungen auf deine Objekte hat. So, das ist natürlich jetzt viel zu doll. 10% könnten jetzt hier leicht einmal drüber pinseln. Da einfach darauf achten. Genau. Aber auch das wäre eine Möglichkeit zu sagen, okay, du veränderst die Ebene direkt, wenn du jetzt nicht mit Einstellungsebenen arbeiten möchtest. Oder du könntest auch sagen, dass du eine Einstellungsebene über Bild, Korrektur und nehmen wir jetzt mal die Farbton-Sättigung. Jetzt haben wir einen farbigen Hintergrund. Das heißt, jetzt sehen wir eine viel deutliche Veränderung, zum Beispiel direkt auf deine Ebene anwendest. Auch das würde alles funktionieren. Jetzt können wir auch hier einen leicht cremigen Ton auswählen. Wir haben jetzt auch den Hintergrund einmal geändert. Hier müssen wir jetzt natürlich aufpassen, dass wir den bläulichen Reflex, diese bläulichen Scheine vom Schuh wieder rausnehmen. Aber auch das wäre eine Möglichkeit, direkt die Ebene zu verändern. Schauen wir uns mal das bei dieser Frau an. Hier wird es ein bisschen tricky, weil hier haben wir natürlich ganz feine Härchen, die wir nicht verlieren wollen. und da müssen wir dann mal gucken, welche Methode wir jetzt anwenden. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass halt sowas wie das Schnellauswahlwerkzeug oder der Zauberstab hier nicht funktionieren werden. Das heißt, sobald du hergehst und selbst eine Auswahl aufziehst, hast du verloren, weil diese Auswahl gibt dir eine klare Kante zurück, ohne Teiltransparenzen, ohne Rücksicht auf kleine, durchsichtige Bereiche und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier mal, ich gehe mal noch einmal hier rum, lege mir noch mal eine Gruppe an, Maske dran und dann schauen wir uns das mal an. Du siehst, dass die ganzen feinen Haare hier verloren gehen. Das heißt, sobald du hergehst und selbst eine Auswahl aufziehst und da ist es ganz egal, ob du den Zauberstab nimmst, das Schnellauswahlwerkzeug oder auch das Objektauswahlwerkzeug, sobald du selbst eine Auswahl aufziehst, hast du in der Regel verloren. Das sieht hier eigentlich ein bisschen okay aus, aber wenn wir uns das mal in der Maske anschauen, dann siehst du, dass wir hier eine ganz, ganz furchtbare Auswahl bekommen. Das heißt, die Haare werden nicht wirklich mit freigestellt und das ist keine wirkliche Option. Was da schon besser funktioniert, ist die Möglichkeit, Motiv auswählen anzuwählen. Klicken wir da nochmal drauf, denn hier sehen wir jetzt, dass sich diese Ausmal tatsächlich auch so ein bisschen an die feinen Strukturen orientiert. Also wir haben hier unten jetzt schon kleine Problemstellen, da das Ganze im Objekt mit freigestellt wird, aber das sind dann so die kleinsten Probleme, die kleinsten Punkte, die wir korrigieren können. Viel wichtiger sind die feinen Härchen. Und wenn wir jetzt diese Auswahl einmal als Maske an unsere Gruppe hängen und uns das jetzt nochmal angucken, dann siehst du, dass das schon wesentlich besser ist als alles andere, was wir gesehen haben. Es sieht trotzdem nicht wirklich gut aus. Wir könnten jetzt hergehen und könnten sagen, wir gehen mit der Ebenen Maske in Auswählen und Maskieren. Jetzt haben wir hier einen Haarpinsel und könnten jetzt zurecht versuchen, diese Haare einmal zu korrigieren. Funktioniert aber auch nicht wirklich, also wir kommen auch nicht wirklich weit. Wir können das Auswahl Werkzeug hier nochmal nehmen. Aber nee, wenn, dann brauchen wir wirklich den Haarpinsel im Bereich Plus und müssten dann versuchen, hier etwas drüber zu pinseln. Ja, aber ich kann dir sagen, das wird auch keine zufriedenstellende Ergebnisse liefern. Wir werden jetzt uns eine andere Methode angucken, eine andere Technik. Die ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, als vielleicht nur einen Klick zu machen, aber sie funktioniert in der Regel ganz gut. Zumindest funktioniert sie dann, wenn wir gute Kontraste haben zwischen Hintergrund und Vordergrund. Vordergrund ist in dem Fall unser Objekt. Ich lösche einmal diese Ebenemaske und klicke mal unser Hintergrund Bild an. Und jetzt gehen wir mal in die Kanäle. Ein Kanal ist ja nichts anderes als eine Ebenenmaske. Die funktioniert ja genauso. Wenn wir einen Kanal separieren, wenn wir uns den Rotkanal an sich angucken, dann funktioniert er natürlich ganz anders als eine Ebenemaske. Aber wenn wir ihn jetzt duplizieren und jetzt eine Rotkopie haben, dann funktioniert er wie eine Ebenemaske. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, diesen Kanal einmal so aufzubereiten, dass der Hintergrund weiß oder schwarz ist und der Vordergrund weiß oder schwarz. Also im Prinzip genau gegenteilig. Hier bietet sich das an, dadurch, dass die Frau hier auf dem Kanal schon sehr schwarz dargestellt wird, dass wir versuchen, den Hintergrund aufzuhängen und die Frau weiter abzudunkeln, dass den Rotkanal ausgesucht, weil er zwischen Vordergrund und Hintergrund den größten Kontrast bietet. Schauen wir uns das hier an, wir haben hier den größten Unterschied in Ehrlichkeit zwischen Hintergrund und dem Vordergrund. Das heißt, jetzt gehen wir auf die Rotkopie und werden den jetzt weiter verfeinern. Das mache ich zum Beispiel, indem ich auf Bild Korrektur gehe und mir mal eine Gradationskurve auswähle. Denn hier kann ich ja die Tonwerte und die Kontraste verändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Tiefen weiter abdunkele und die Lichter weiter aufhelle, schau mal, was hier passiert. Vielleicht müssen wir generell erstmal ein bisschen aufhellen. Wir dürfen das nicht zu sehr übertreiben, weil wenn wir das zu sehr übertreiben, verlieren wir nämlich diese ganz kleinen Härchen. So, bestätige das einmal. Schauen wir nochmal. Das sieht doch so schon mal ganz gut aus. Wir können jetzt mal versuchen mit einem Pinsel in den Modus ineinander kopieren zu gehen oder weiches Licht, denn das sind ja zwei Kontrast steigernde Methoden. Wenn ich jetzt hier mal ein weiß auswähle und jetzt mal hier drüber male, dann wird eigentlich das Ganze ganz schön weiter aufgehellt, zumindest zwischen den Haaren und das ist ja genau das, was ich möchte. Also es wird hier eine Kontrast steigernde Methode im Pinsel angewendet und das funktioniert hier relativ gut. Hier oben sind wir schon ganz gut dabei, das heißt hier müssen wir eigentlich gar nicht mehr so wirklich rangehen. Hier haben wir die kleinen Härchen die wir behalten und jetzt können wir hier nochmal ein kleines bisschen aufheben. So, was wir jetzt definitiv noch machen müssen ist den inneren Bereich abzudunkeln weil es funktioniert ja wie eine ebene Maske. Alles was schwarz ist wird ausgeblendet alles was weiß ist wird eingeblendet. Das heißt wir müssen jetzt hier einmal den Pinsel nehmen und ganz plump hier in der Mitte einfach mit schwarz drüber gehen. Du musst aufpassen das jetzt natürlich nicht in den Niedergrund reinmalen. So. Wenn du im Übrigen mit dem Pinsel arbeitest dann würde ich dir empfehlen immer mal wieder abzusetzen Wenn du dich mal vermalt hast so wie ich das hier die ganze Zeit tue und du das rückgängig machen möchtest den letzten Schritt dann ist es immer sehr hilfreich einfach mehrfach mal abzusetzen weil dann kannst du nicht immer kleine Schritte zurück gehen statt einmal komplett drüber zu malen ohne absetzen und wenn wenn du dich dann einmal vermalt hast und gehst zurück dann nimmst du natürlich den kompletten Schritt zurück das ist natürlich sehr ärgerlich deswegen einfach immer mal wieder absetzen und dann ist das ganz in Ordnung so hier gehe ich nicht komplett drüber weil hier kriege ich ja schon so leichte Teiltransparenzen die ich auf jeden Fall behalten möchte dann habe ich hier noch den Hut hier wäre es natürlich sehr empfehlenswert wieder mit einem direkten klaren Freisteller heranzugehen das heißt am besten Zeichenstift Werkzeug oder mit einem anderen Auswahlwerkzeug sich hier eine klare Kante zu nehmen das machen wir jetzt aber mal nicht wenn du wissen möchtest wie das funktioniert wie gesagt dann guck auf meiner Seite guck dir den Kurs an so und jetzt haben wir noch eine schöne Ebenenmaske erstellt mit der wir wunderbar arbeiten können wir können jetzt hier nochmal her gehen und können hier nochmal eine Tonwert Korrektur anlegen und können nochmal versuchen diese Weißpunkte näher zusammen zu bringen das sieht doch ganz gut aus hier unten haben wir kleine graue Stellen aber das ist okay du könntest jetzt hier mit dem Pinsel nochmal her gehen und das lassen wir an dieser Stelle mal was wir jetzt gewonnen haben ist tatsächlich einen schönen Freisteller im H-Bereich so auch hier ziehen wir uns wieder eine Auswahl gehen auf Ebene die Gruppe haben wir schon und legen uns jetzt wir haben jetzt hier einen leichten Verlauf im Hintergrund hier unten ist es dunkel hier oben ist es ein bisschen heller und eine andere Möglichkeit zum Beispiel eine Farbe zu verändern auch im Hintergrund ist das Arbeiten mit einer selektiven Farbkorrektur legen wir uns die mal an denn mit einer selektiven Farbkorrektur haben wir die Möglichkeit in direkte Farben reinzugehen und diese zu verändern das heißt verändern könnten zum Beispiel mehr Zyran reingeben und bekommen so ein ganz anderes Ergebnis wir könnten aber auch viel brachialer und globaler rangehen und gehen einfach in die Grautöne denn mit den Grautönen kannst du eigentlich generell immer eine Veränderung erreichen und da können wir jetzt hier Zyran zum Beispiel mal rausnehmen Magenta Gelb reinbringen also oder andersrum hier können wir auf jeden Fall eine ganze Menge Menge machen um so eine andere Farbe zu erreichen wir könnten natürlich auch unterschiedliche Techniken miteinander kombinieren also siehst hier vorher nachher ob es jetzt gefällt oder nicht das sei mal dahingestellt aber auch das ist definitiv eine Möglichkeit so eine Farbe zu verändern auch hier gilt es dann wieder zu berücksichtigen je brachialer du die Farbe veränderst desto mehr musst du natürlich an deinem Objekt noch korrigieren kleines Beispiel wir gehen jetzt hier mal in den gehen wir mal einen Bereich wo es auffällt machen wir mal so einen grünen Tourkis Bereich wir haben hier dadurch dass wir vorher einen relativ warmen Hintergrund hatten jetzt hier einen relativ kühlen aber aber die Haare haben halt trotzdem noch einen warmen Schein also so einen warmen Look das heißt hier müsstest du hergehen und müsstest die Außenkonturen und gerade im Haarbereich noch ein bisschen korrigieren ja da musst du dann unbedingt darauf aufpassen weil sowas sieht natürlich sehr sehr unschön aus und das verrät meistens auch ein Freisteller also hier musst du dann wirklich noch die Außenkonturen einmal bearbeiten wenn du aber in einem warmen Bereich bleibst dann fällt das in der Regel eigentlich eher weniger auf ja eine Möglichkeit du könntest natürlich jetzt auch hergehen könntest eine Farbbalance nehmen und in der Farbbalance zum Beispiel jetzt noch die Farben entsprechend verschieben was hier ganz gut funktioniert ist in den meisten Fällen der Bereich der Mitteltöne so schauen wir mal vorher nachher auch das ist eine Möglichkeit die Farbigkeit zu verändern also die Farbigkeit zu verändern im Sinne von wir behalten die Struktur im Hintergrund bei ganz egal ob es jetzt ein Schatten ist oder ob es ein Farbverlauf ist die Techniken die ich dir jetzt gezeigt habe die funktionieren alle genau so das heißt hier können wir überall diese Effekte im Hintergrund beibehalten es würde natürlich ganz anders aussehen wenn ich jetzt hier wieder eine Ebene mit einem mit einer kompletten Farbe drüber lege dann würden wir das hier alles natürlich verlieren aber alles was ich dir in den vorherigen Beispielen und auch hier gezeigt habe sei es jetzt die selektive Farbkorrektur die Farbbalance oder das Einfärben direkt auf der Ebene oder diese Farbfläche im Modus Farbe oder Multiplizieren das sind alles Möglichkeiten die die Effekte auf dem Boden erhalten lassen das ist ganz ganz wichtig und das ist ja auch das was wir haben wollen so schauen wir uns das letzte Beispiel an diese Tasche hier müssen wir an sich gar nicht so viel freistellen ich gehe jetzt hier auf Motiv auswählen schauen wir mal was Photoshop daraus macht das sieht eigentlich ganz gut aus also die Tasche wird ganz gut erkannt hier in der Mitte fehlt der Henkel den müssen wir gleich nur korrigieren hier haben wir auch so einen kleinen Schnitzer aber ansonsten wurde die Tasche ganz gut freigestellt der Sitzbereich hier hier unten die Stäbe die funktionieren nicht so gut das soll mich jetzt aber auch nicht interessieren ich werde dir auch gleich zeigen warum kümmern wir uns kurz um die Maske das heißt Gruppe anlegen Maske drauf wir legen uns eine Hilfsebene an eine Farbfläche dass wir sehen was passiert gehen wieder auf die Ebene Maske drehen sie mit Command beziehungsweise Steuerung und I um zack und sehen wo unsere Problembereiche sind so die Problembereiche sind zum einen hier unten ich nehme mit einem Pinsel weiße Vordergrundfarbe und werde jetzt hier einmal diese Stäbe wegnehmen so und auch hier und auch den hier so zack jetzt können wir die hier einmal komplett entfernen weil die möchte ich gar nicht haben so und auch hier den Stab einmal wegnehmen und auch diese kleinen Schnitzel und ich will dir auch gleich zeigen warum ich das mache jetzt müssen wir noch hier oben diese kleinen Punkte korrigieren das heißt hier gehen wir auch einmal ganz geschmeidig rum du siehst schon die Probleme von so einem Automatismus hier hat er ein bisschen zu viel abgeschnitten weil ja so ein Automatismus kann natürlich auch schwierig unterscheiden zwischen Reflexion Spiegelung gehört etwas wirklich zum Objekt gehört es zum Hintergrund du siehst hier ist es so leicht fransig das sind alles so die Nachteile von einer sogenannten One-Click-Lösung und du siehst dass wir hier sehr sehr viel nachkorrigieren müssten es aber jetzt entsprechend nicht machen wenn du aber gute Qualität haben möchtest dann würde ich dir einfach wirklich empfehlen mach einen Freisteller selbstständig ganz egal ob über einen Kanal über das Zeichenstift-Werkzeug es lohnt sich also man kriegt eine viel bessere Qualität als meistens über so einen Automatismus und auch der Gedanke dass sie ja eigentlich beim Freistellen helfen können der Gedanke ist gut aber es funktioniert meistens nicht wirklich gut das muss man einfach wirklich sagen jetzt sind wir hier auch gleich rum jetzt müssen wir den inneren Bereich hier auch noch kurz füllen das heißt ich lasse mir jetzt mal kurz die Ebenenmaske anzeigen also mit der Alt-Taste einmal auf die Ebenenmaske geklickt jetzt nehme ich mir das Schnellauswahlwerkzeug ziehe mal eine kleine Auswahl in dem inneren Bereich das funktioniert eigentlich ich nehme mal den Zauberstab klicke hier mal rein und jetzt bekomme ich hier eine Auswahl von dem inneren Bereich und ja was wir jetzt noch machen müssen ist wir müssen die Auswahl etwas erweitern aus dem einfachen Grund wenn ich jetzt hier diese Auswahl über bearbeiten Fläche füllen mit Weiß fülle dann bekomme ich hier eine kleine schwarze Kante ja und die ist auch vollkommen zu Recht da weil wir haben hier einen ganz leichten weichen Pinsel also so eine weiche Linie so eine weiche Kontur und die Auswahl das habe ich dir vorhin schon gesagt die wird ja komplett hart erstellt und wenn ich das jetzt miteinander kombiniere dann habe ich eine weiche Auswahl gegen eine harte Auswahl und da bleibt natürlich ein kleiner Rest übrig deswegen machen wir jetzt folgendes wir haben die Auswahl gehen auf Auswahl Auswahl verändern erweitern und jetzt haben wir die Möglichkeit diese Auswahl ein paar Pixel nach außen zu schieben und das machen wir jetzt zum Beispiel mal um drei oder vier Pixel und du siehst jetzt wandert die Auswahl in unseren weißen Bereich rein also diesen Bereich den wir mit dem Pinsel gesetzt haben und jetzt können wir wieder auf bearbeiten Fläche füllen gehen und füllen das mit weiß zack haben wir das ganze einmal gefüllt hier unten hat das nicht ganz funktioniert hier setze ich noch einen kleinen Punkt aber das ist heute in Ordnung so jetzt haben wir hier auch noch so einen kleinen Schnitzer und auch hier müssten wir eigentlich wieder ein bisschen was zurückmalen das ist halt genau das was ich meine also naja wir lassen das jetzt so und kümmern uns jetzt mal um unseren Umfärber so und hier so viele Möglichkeiten will ich dir gar nicht mehr zeigen im Grunde ist es immer das gleiche du wählst deine Ebene aus die halt eine Farbe verändern kann oder eine Farbe überlagern kann sobald sie eine Farbe überlagert veränderst du den Ebenenmodus und das würde jetzt hier zum Beispiel im Modus multiplizieren wunderbar funktionieren und du siehst schon im Modus multiplizieren kommen auf einmal diese Stäbe wieder das hat einfach den einfachen Vorteil oder Grund weil die Stäbe sie sind einfach schwarz sie sind dunkel ja und das ist genauso wie mit dem Schatten der wird einfach wieder zurückgerechnet und deswegen konnten wir uns den Freisteller in dem Bereich hier auch ersparen weil hier hätten wir dann eine andere Herausforderung gehabt und zwar haben wir hier scharfe Bereiche hier hinten haben wir unscharfe Bereiche und das müssen wir alles auf der Ebenenmaske entsprechend mit berücksichtigen dass wir hier mit unterschiedlichen Möglichkeiten arbeiten so dadurch dass die aber komplett schwarz sind haben wir die jetzt einfach mal komplett von der Ebenenmaske ausgenommen denn im Modus multiplizieren kommen die ja eh wieder zurück und selbst im Modus Farbe würden sie zurückkommen Farbe würde jetzt hier gar nicht so gut funktionieren wie ich finde zumindest nicht mit dieser Farbe aus dem einfachen Grund weil wir einen sehr sehr hellen Hintergrund haben schauen wir uns das nochmal an wenn wir also die Helligkeit des Hintergrundes behalten wollen dann können wir im Modus Farbe gehen wenn wir aber auch die Helligkeit verändern wollen dann müssten wir einen anderen Ebenenmodus verwenden wie zum Beispiel multiplizieren hier ist es dann so oder hier ist es dann so dass wenn wir mit dem Punkt nach ganz links oben gehen dann haben wir die Originalfarbe den originalen Hintergrund jetzt können wir hier ein bisschen Farbe reinbringen so wenn wir jetzt mit dem Bubbel nach unten gehen dann verändern wir auch die Helligkeit also siehst du jetzt würden wir das Ganze dunkler machen bis wir am Ende bei Schwarz angekommen sind auch das ist möglich so wollen wir aber gar nicht ich nehme mir wieder so einen leicht gelblichen orangenen Ton könnte jetzt auch hier einmal in die Tasche picken und könnte die ja Helligkeit einmal verändern so so könnte ich mir das vorstellen würde das ganz gut funktionieren ja so und jetzt haben wir uns vier Beispiele angeguckt mit vier unterschiedlichen Freistellmöglichkeiten und unterschiedlichen Techniken wie wir etwas einfärben können und jetzt liegt es natürlich an dir was brauchst du wo willst du eigentlich hin und was ist dein Konzept du siehst aber du kommst um einen Freisteller nicht drum rum weil ganz egal was du machst wenn du das ohne Freisteller machst würdest du auch das komplette Objekt mit einfärben umfärben verändern und das ist ja etwas was wir in der Regel gar nicht wollen wir wollen ja eigentlich nur einen bestimmten Teil einfärben in dem Fall den Hintergrund und deswegen kommen wir um einen Freisteller nicht drum rum hier kommt es dann natürlich stark darauf an was hast du für ein Objekt ist es kompliziert hat es Haare du hast gesehen das ist dann natürlich ein bisschen komplexer um diese Haare entsprechend freizustellen oder können wir mit einem Zeichenstiftwerkzeug eigentlich relativ klar um unsere Kontur drum herum gehen da kann ich dir auch nur empfehlen wenn du zum Beispiel Personen im Studio fotografierst vor einem grauen Hintergrund oder allgemein vor einem Hintergrund dann achte darauf dass du schöne Kontraste hast wenn du weißt dass du im Nachgang das Ganze sowieso umfärbst du würdest dich zum Beispiel sehr sehr schwer tun wenn die Dame jetzt hier blondes Haar gehabt hätte das heißt wir haben einen sehr hellen Hintergrund und haben blondes Haar dann kriegst du da keine wirkliche Trennung rein dort kriegst du keine Kontraste auch in den einzelnen Kanälen nicht und da wird es sehr sehr schwer eine Freistelle zu erstellen damit du im Nachgang das Ganze einmal einfärben kannst das heißt auch hier würde ich dir empfehlen schöne Kontraste schon beim Fotografieren zu erzeugen manchmal kann es auch ganz gut helfen hinter dem Haarbereich eine Pappe zu halten wenn der Hintergrund der restliche Hintergrund relativ hell ist und du aber weißt dass du etwas dunkler gehen möchtest kannst du das natürlich fotografisch schon lösen das wäre natürlich die beste Option aber du könntest dann auch sagen okay ich halte eine Pappe hinterm Haarbereich damit die Haare einen guten Kontrast haben und zwar zwischen Vorder- und Hintergrund so wie wir es vorhin hatten das heißt da musst du mal ein bisschen experimentieren fotografisch wie du da am besten rangehst was dein Objekt auch letzten Endes zulässt und ja ansonsten hast du jetzt gesehen Freistellen ist das A und O ich gebe nochmal den Hinweis wenn du mehr dazu erfahren möchtest dann guck auf meiner Webseite vorbei dort gibt es einen über neun Stunden langen Videokurs wo wir wirklich alles fast alles besprechen ja genau schau am besten einfach mal vorbei und dann wird das alles gut gehen ja ansonsten ich hoffe das ganze hat dir gefallen du kannst damit was anfangen es hat so ein bisschen dich weitergebracht und da würde ich mich sehr freuen wenn du mir einen Daumen da lässt wenn du das ganz gefallen hast abonnier den Kanal dann verpasst du zukünftig keine Videos mehr und wenn du die Glocke aktivierst wirst du sogar daran erinnert immer wenn ein neues Video online kommt und da würde ich mich sehr freuen ich würde mich auch freuen wenn du im nächsten Video mit einschaltest in dem Sinne wünsche dir einen wundervollen Tag bis dann tschau